Guten Abend, ihr wunderschönen Leute Weimars. Es ist 20 Uhr und heute Abend feiern wir Weihnachten. Draußen ist es bitter kalt, mit gerade einmal minus 5 Grad, aber dennoch wundervoll. Für unsere Freunde, die Weihnachten zum ersten Mal hier in Thüringen verbringen, geht zum nächsten Weihnachtsmarkt und gönnt euch einen heißen Glühwein. Der sollte euch auch an diesem Frosting-Abend warm halten. Fröhliche Weihnachten alle zusammen!